Was für ne Jagd? We still got a long night ahead of us Bitching? I'm not bitching I just hate being ignored Could you at least tell me why you think she can get the briefcase? Or you don't know Just do as I say and we'll get it Or keep it down Hey, you still answer to me you arrogant fuck Relax, I got nothing Go see Yoko in her office Ne, sorry, falsch Ich möchte laufen Hello Sir Miss Chucky Nightclub Chucky, sorry Miss Chucky Nightclub Oh, that's just great Lynch, we've been through this conversation over and over again Just stick to the plan Ich muss sagen, ich weiss grad nicht wann das Spiel rauskam Aber ich glaub das ist ne beachtliche Menge Leute Die hier auf einem Fleck sind Für das Alter des Games Auch wenn's wahrscheinlich 1000 Doppelgänger sind Aber trotzdem Alter 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 Just keep it in check for a few more minutes In anderen Spielen gibt's nicht mal so viele Leute auf einem Fleck Was in diesem Jahr rauskommt Und jetzt? Soll ich ihn zusammenschlagen oder was? Soll ich ihn zusammenschlagen oder was? Go see Yoko in her office Okay Oh shit, 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 shit Ähm Okay, die haben nix gehört Auch schön Ich bin überrascht, dass du dich gesehen hast Hat meine Sicherheit dich inbauen? Ich inbauen mich inbauen Ich inbauen mich inbauen Hat dein Vater, dass du hier bist? Ich bin ziemlich sicher, dass er nicht Also Was macht dich wieder zurück? Yoko Ich brauche deine Hilfe hier Und warum würde ich dir helfen? Du wirst nicht Outsch Das ist genug Woah Sie ist all limp Ich habe sie nicht so hart Das macht unseren Job einfacher Was ist das? Nur Business, Lynch Ihr Vater hat den Briefcase Für Christ's sake Du hast nur deine eigene Mutter hier Komm schon, fesseln sie, Junge Just doing what it takes Wer redet da noch? gibt es einen Hinterausgang den Leuten die Leute interessiert das Auto gar nicht einen Hinterausgang gibt es wahrscheinlich nicht was was schon wieder mission failed you die Nice. Okay. Maybe you can leave the healer. And then here at the end. And wait a little. Nice. 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 Sorry. Wir müssen ein paar Leute hier abschießen. Sonst keine Chance hier durchzukommen. Ich würde es ja gerne verhindern, aber unmöglich. Wir müssen die hochnehmen, oder? Was? Konzentrate, Lynch. Äh, falscher Weg, oder was? Falscher Weg. Dann Canal. Das Neeks! Nimm. Nimm. Timm. Nimm. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Wo müssen wir lang? Oh, die wisse Treppe. Alter, die ganzen Leute. Kallenge ist noch da. Manche haben noch gar nichts bemerkt. Dass hier was passiert. Das ist falsch. Geh hier. Ich hoffe, du wirst wissen, was du machst. Wir müssen den Scheiß-Licht entfolgen. Da. Da. Ja, whatever. Just get me the hell out of here. Shut her the fuck up. Where's the goddamn deputy? I'm Reda Motor. Ow, fuck. Fuck, Lynch. Den Anst. We have to get to her. We are that, man. Was hast du mir gemacht? Warum hast du mir nicht gesagt, wer sie ist? Weil du sie flakst, wenn du sie wusste. Flakst? Ich hätte es nicht getan, wenn ich sie wusste. Ich habe nur eine Grip. Wir müssen sie mitnehmen. Ach, shit. Okay, nope. Nicht hier lang. Wahrscheinlich runter. Aber wo runter? F***. Die Fenster. Sie ist nicht so dumm. Es ist egal. Die Polizei wird in einer Stunde überall sein. Recap hier. Weil ich schießen muss. Ernsthaft im gleichen... She is not that stupid. Im gleichen Office. Im f***ing gleichen Office. Hier geht's. Der trifft einfach nichts. Komm schon, Lynch. Nee. Immer noch nicht. Nämlich wieder falsch. Nämlich wieder falsch. Müssen wir wieder hoch. Get to the back roof. Was? Back to the roof exit. Hey! Come on! Get over here. Get over here. Nimm doch Deckung. Come on. Cover me. Yeah, whatever. Just get me the hell out of here. Now. Get over here. I hope you know where you're going. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I'm dry. Hey! Anyone got some ammo? Was? Wo? Come on! Yeah, whatever. Just get me the hell out of here. Yeah, it's me. Are you ready? Who the hell are you talking to? Our backup. All right, we'll be down shortly. Everything's fine. You mean we have backup? Why didn't we bring them? Because they can't know who she is. We need to be strange. Okay, we need to move on to the roof. Probably not. Get over here. I hope you know where you're going. Not exactly. Genau. Ähm. Ach so. Was hätt ich jetzt gemacht, wenn ich alle Fenster zerschossen hätte? Keine Ahnung. Uh huh? Stay still. Stay still. Mr. Redamoto. This is Keine. I know, I'm sorry. But I need my briefcase back. I'll gagger. I'll let your daughter explain. I know how you feel, but I don't have a choice either. Two hours. An and new intersection by the Magoda. We can still make this work.